Musik Ohne die Hilfe der Freunde und Familien und besonders der Väter, wäre die Schwerstarbeit im Herbst nicht zu schaffen. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gerührt über den Einsatz und ich weiß auch, dass das auch anstrengend ist, auch wenn es für euch auch schön ist mitzugehen, aber es ist auch anstrengend. Jedes Jahr pachten Rebekka Materne und Janina Schmidt neue Weinberge.